Autohersteller geben pro Jahr Millionen für Marktforschung aus und bauen Projekte, die gefragt sind. So denkt man zumindest. Doch immer mal wieder werden Fahrzeuge entwickelt, die wenig Sinn machen, darum keinen Erfolg haben und nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Hier sind die Top 5 der sinnlosesten Autos aller Zeiten. Platz 5 Hammer H1. Der Hammer war zuerst der Humvee, ein Fahrzeug der US-Armee. Dieses wurde durch die Berichterstattung über den ersten Golfkrieg bekannt. Arnold Schwarzenegger war vom Humvee so begeistert, dass er den Hersteller AM General überzeugte, eine zivile Version des Kriegsgeräts in Serie zu bauen. Kurz nach seiner Lancierung 1992 wurde aber klar, dass ein Militärfahrzeug im Alltag zu fahren in etwa so sinnvoll ist, wie mit einem Kampfjet in den Urlaub zu fliegen. Der H1 war zu groß, zu breit, viel zu schwer und soff wie ein Matrose auf Landgang. Obwohl der Strassenkrieger alles andere als schnell war, verbrauchte er locker 20 Liter Diesel. Nach nur gut 11.000 Exemplaren wurde das Experiment H1 2006 eingestellt. Platz 4 Subaru SVX. Subaru, das verbindet man mit günstigen und robusten Allradfahrzeugen, aber nicht mit aufregenden Sportcoupés. Der SVX sollte Anfang der 90er Jahre jedoch genau das sein. Mit einer futuristischen und aerodynamischen Hülle von Designlegende Giugiaro, einem 3,3 Liter Boxermotor mit damals beeindruckenden 230 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 235 kmh sollte er Mercedes und Co. Konkurrenz machen. Dieser Plan floppte grandios. Gerade mal etwa 25.000 Stück wurden gebaut. Das Auto selbst als sinnlos zu bezeichnen ist ein bisschen hart, denn der SVX hatte durchaus seine Qualitäten und hat bis heute eine kleine aber treue Fangemeinde. Jedoch grenzte der Plan, einen Subaru zum Mercedes-Preis anzubieten, an Grössenwahn. Platz 3 gehört keinem Auto, sondern einem Motor, dem Audi V12 TDI. Der 6 Liter ist bis heute der einzige serienmässige V12 Diesel. Ab 2008 wollten die Deutschen mit ihm Kapital aus ihrem Rennsport erfolgen schlagen. Audi gewann nämlich als einzige Marke mehrmals mit einem Selbstzünder beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Der Diesel im Q7 hatte zwar technisch wenig mit dem Rennmotor gemeinsam, aber er transportierte das Image des Technologieführers vom Hochleistungssport in die Serie. Die Daten waren exzessiv. 500 PS, 1000 Newtonmeter Drehmoment und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 5,5 Sekunden. In Relation zum Fahrzeuggewicht und der Leistung war der Verbrauch von 11,3 Liter beeindruckend tief. Das Problem dabei, der Motor war die Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hatte. Die Käufer von teuren SUVs scherten sich nicht um den Verbrauch. Erst recht nicht im wichtigen Markt USA, wo der Diesel sowieso einen schlechten Ruf hatte. Nach nur vier Jahren wurde der Motor bereits wieder beerdigt. Rückblickend war es wahrscheinlich besser so. Dem extremsten Seriendiesel aller Zeiten blieb so wenigstens die Schande des Abgasskandals erspart. Platz 2 Dodge Ram SRT10 Anfang der Nullerjahre kam die US-Marke Dodge auf die verrückte Idee, den 8,3 Liter Motor der Viper in den Pickup-Truck Ram einzubauen. Das ging gehörig schief. Der SRT10 verkaufte sich nur etwa 10.000 Mal, und wurde nach nur zwei Jahren eingestellt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Sportram hatte Heckantrieb. Bei einem Pickup-Truck liegt aber kaum Gewicht auf der Hinterachse. Dies in Kombination mit der gewaltigen Leistung des V10-Motors ließ den Truck blitzartig ausbrechen. Ebenfalls problematisch war der Verbrauch, selbst für die USA der Nullerjahre. Der Hubraum-Riese verbrannte locker 25 Liter. Bei konstant hohen Geschwindigkeiten waren auch 40 Liter möglich. Die Kreuzung von Sportwagen und Pickup resultierte darin, dass man alle Nachteile, aber nur wenige Vorteile der beiden Konzepte hatte. Platz 1 Aston Martin Signet Beim Namen Aston Martin glänzen sogar bei Autoleihen die Augen. Die Briten sind für ihre wunderschönen Coupés mit donnernden V12-Motoren weltberühmt. Gerade darum ist es umso unverständlicher, dass die Marke 2006 den Kleinwagen Toyota IQ innen und außen notdürftig aufhübschte und ihn als Aston Martin Signet verkaufte. Wahrscheinlich wollte man mit wenig Aufwand den CO2-Schnitt der Marke senken und dabei noch abkassieren. Der Plan ging gehörig nach hinten los. Wenig überraschend sahen die Kunden den Signet nicht als echten Aston Martin an, sondern als das, was er war. Ein Kleinwagen mit einem anderen Logo. Dass der Aston Martin dreimal teurer war als der praktisch identische Toyota setzte der Unverschämtheit die Krone auf. Nach nicht mal 600 der geplanten 4000 Stück wurde die Mogelpackung eingestellt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020